Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Rabben. Und ich habe zwischendrin, zwischen den Folgen, mir mein gesamtes Fleisch gebraten an diesem Herd. Sieht man es noch? Nö, ich habe es sauber gemacht. So, genau, ich wollte mich hier oben auf dem Weidenplatte noch mal ein bisschen umschauen, weil mit Benga und Malak habe ich ja jetzt genug gesprochen. Da gab es ja nichts mehr Neues. Da hinten sind Wasserfälle, da geht es dann vermutlich zum Minental, meinten die jedenfalls letztes Mal. Uh, da drüben ist ein Lörker. Und vielleicht finde ich ja auch den Weg, den korrekten Weg, abseits der Banditen, nach unten, beziehungsweise zurück nach oben, zur Gefängniskolonie. Aha, hey, da will ich doch hin, denn dort ist nicht zuletzt die alte Hütte von Cavalorn, der ich an Besuch abstatten wollte. Ja, Lörker ist gut, ich bin ja schon weg. Bleib stehen. Ich tue dir nichts, ich will nur die Pflanzen hier sammeln. Und irgendwie sind hier ganz schön viele Lörker unterwegs. Wer ist das denn? Den kann ich nicht. Ziemlich weitläufig euer Land hier oben. Ist ganz nett. Aber wenn du durch den Pass da hinten gehst, dann wirst du das nicht mehr denken. Wenn dich dieser kleine Landstrich hier schon beeindruckt, dann wird es das Minental dahinter erst recht. Nö, da war ich schon. Warum schaust du so ernst? Du trägst unseren Aquamarin-Ring. Aha. Du gehörst zum Ring des Wassers? Allerdings. Endlich wieder ein neues Gesicht in unseren Reihen. Was ist deine Aufgabe beim Ring des Wassers? Ich halte für uns den Eingang zum Pass im Auge. Wer reingeht und wer rauskommt. Seit die Paladine das Tor zum Pass verschlossen haben, tat sich da allerdings recht wenig. Ja, das glaube ich dir. Schon etwas von den vermissten Leuten gehört? Natürlich. Deswegen sollten wir ja auch alle die Augen aufhalten. Aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht sehr viel davon mitbekommen. Wer bist du? Mein Name ist Ghan. Ich bin Jäger und arbeite für Banga, den Bauern hier auf dem Weidenplateau. Ich bin meistens hier draußen und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Hast du vielleicht den Vermissten irgendwo gesehen? Was muss ich über das Minental wissen? Keine Ahnung. Ich habe nur einmal einen flüchtigen Blick über das Tal geworfen. Sah ziemlich gefährlich aus. Am besten du entfernst dich nicht allzu weit von den Trampelpfaden, wenn du durch den Pass dort hinten gehst. Entweder du nimmst den Weg durch die große Schlucht oder den Weg über die Steinbrücke. Der ist kürzer und ungefährlicher. Jetzt, da die Orks überall herumstreuen, sollte man sich schon ein wenig vorsehen. Ich will dich ja nicht zur Kräuterhexe schleppen müssen. Moment, es gibt eine Kräuterhexe? Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagita. Sie ist die Heilerin der Bauern und der anderen Bewohner außerhalb der Hafenstadt. Ein recht seltsames Frauenzimmer. Niemand geht wirklich gerne zu ihr und alle zerreißen sich gerne das Maul über sie. Aber wenn du krank bist, findest du keine bessere Hilfe als Sagita und ihre Heilkräuterküche. Du findest sie in dem Waldstreifen hinter Sekops Hof. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kein Problem. Für 100 Goldmünzen könnte ich dir zeigen, wie du die Tiere, die du erlegst, ausweiden kannst. Felle und andere Tiertrophäen bringen eine Menge Geld auf den Markt. 100 Goldmünzen? Näh. Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Hey, dann lass uns doch dieses Tier mal zusammen jagen. Wie sieht dieses gefährliche Tier aus? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es bisher nur hauptsächlich schnauben und kratzen hören. Aber ich habe gesehen, was es anrichten kann. Selbst Wölfe sind vor ihm nicht sicher. Einem hat das Biest sogar den Kopf abgebissen. Woher kommt dieses Mistvieh? Irgendwo aus den Wäldern. Vielleicht auch aus dem Minental. Aber genau weiß ich das nicht. Ich war noch nie im Minental. Was würdest du zahlen, wenn ich das hier für dich erledige? Ich würde demjenigen, der es tötet, alles geben, was ich entbehren kann. 30 Goldstücke. 30 Goldstücke. Ja, vielen Dank. Die 100 Goldstücke für das Tiere ausnehmen, die würde ich mir lieber sparen. Denn erstens brauche ich ja das Geld, um beim Kloster aufgenommen zu werden. Was ich vor ein paar Folgen irgendwie ein bisschen vergessen habe. Und deswegen beim Enos-Schreien 100 Goldstücke gespendet habe. Und zweitens würde ich natürlich auch beim Enos-Schreien das, was ich übrig habe, spenden, um stärker geschickt leben, Mana zu steigern. Ohne Lernpunkte. Aber wie gesagt, zuerst brauche ich halt die 1000 Gold für die Aufnahme beim Kloster. Eine Steintafel. Und was macht ihr hier so? Hallo? Wo führt dieser Weg hin? Hinter dem Tor liegt der Pass, der zum Minental führt. Auf dieser Seite stehen wir. Auf der anderen Seite haben sich ein paar Orks festgebissen. Geh lieber wieder zurück. Du kannst hier eh nicht durch. Und wenn ich auf eigenes Risiko gehe? Dann würdest du sterben. Deshalb stehen wir ja hier. Damit du nicht auf solche dummen Gedanken kommst. Oh, das ist ja lieb. Das ist ja nett. Ah, Banditen. Sind hier in letzter Zeit Banditen vorbeigekommen? Keine Ahnung, wovon du da redest. Solange wir hier wache stehen, kommt hier niemand vorbei. Schon gar nicht die lausigen Banditen. Frag mal die Bauern da hinten. Vielleicht haben die was gesehen. Ja, da war ich doch schon. Wie steht's? Die Gegend hier ist ziemlich gefährlich. Also kehr besser um. Wir wollen ja nicht, dass dir was passiert. Wir wollen nicht, dass mir was passiert. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Kann ich da nicht drüber klettern? Also bitte, das ist ja so niedrig. Da kann man doch locker drüber klettern. Hm. Schade. Also ich würde da drüber klettern. So, wenn es in echt so wäre. Ganz locker, ganz gemütlich. Okay, vielleicht nicht unter den Augen der Ritter zugegeben. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber möglich ist das auf jeden Fall. Oder wäre es, wenn es in echt so aussähe. So. Dann haben wir hier zwei Wasserfälle. Aber da scheint nichts hinten dran zu sein. Es gibt irgendwo einen Wasserfall, glaube ich, auch hier. Hinter dem sich irgendwas verbirgt. Aber der war es wohl auch nicht. Ah, Lörker. Lüfe. Die Viecher sind stark. So, und der Jäger Gahn. Der ist ja gerade hier hier rumgelaufen. Ah, ein Schrein. Scavenger. Die schaffe ich. Ach, da hinten ist der, der Gahn. Ey, diese, diese Dreckscavenger, die sind echt um einiges stärker geworden als im ersten Teil. Wenn ich mir das gerade so anschaue. Da liegt noch ein Degen rum. Meine Güte. Jetzt brauche ich 80 Lebenspunkte. Naja, fünf davon geben mir 60. Ach, ist doch egal. Machen wir das halt so. Wird schon passen. Und da hinten würde ich mich nur ungern einmischen, wenn der da kämpft. Weil ich ohnehin die Erfahrung nicht bekomme. Oh, der ist ziemlich angeschlagen. Da ist nichts zu holen. Genau. Weil ich eh die Erfahrung nicht bekomme, wenn er was tötet. Deswegen würde ich den Lurker da lieber stehen lassen und später irgendwann selber erlegen, um die Erfahrung zu kriegen und den auszunehmen. Und ich glaube, das da hinten ist das schnaubende Viech. So angeschlagen, wie der ist, wird der das wahrscheinlich nicht besiegen können. Äh, was ist das denn für ein Gegner? Ich gucke mir das mal eben an. Ein schnaubender Drachensnapper. Das klingt ja zum Glück überhaupt nicht stark oder gefährlich. Äh, ja. Genau sowas in der Art habe ich befürchtet. Das wird halt so irgendwie gar nichts. Äh, wie kriege ich den? Ich könnte es mit Magie versuchen. Fernkampf habe ich ja nicht. Er trifft mich einmal und ich bin tot. Das heißt, ich müsste möglichst viel Schaden auf einmal machen. Ähm, was habe ich denn da vergessen? Bringt nix. Licht bringt auch nix. Leichte Wunden heilen bringt auch nix. Ich habe eigentlich nur Feuerball. Davon aber fünf Stück. Dann mache ich das doch mal. Und zwei davon kann ich zaubern. Okay. Und jetzt locke ich dich zu den Rittern. Dummdi-dum-dum-dum. Garn, pass auf. Gefährliches Viech. Garn, nein. Nicht drauf gehen. Nein. Jetzt kriege ich keine 30 Gold. Halt. Okay. Das wird so irgendwie nix. Schade. Ich hatte die ja vor, den zu den Rittern zu locken. Aber ganz ehrlich, so ein starkes Viech kriege ich so früh im Spiel nicht besiegt. Ich könnte den natürlich zu den Banditen da unten locken. Das wäre vielleicht eine Idee. Dass die sich dann gegenseitig ausschalten. Dann müsste ich hier so rüber rennen. Ich probiere das Rad mal aus. Und dann hier links an dem Felsen. Oder? Oder ist hier schon die? Genau da. Da ist die Treppe nach unten. Das versuche ich jetzt mal. Uh, was liegt denn da? Weidenbeeren. Sehr schön. Die nehme ich gerne zum Heilen. Äh, dudududum. Ansonsten gibt es hier gerade nix mehr. Ja, und dann sollten sich eigentlich zwei meiner Probleme auf einmal gegenseitig auslöschen. Der, dieser Drachensnapper und die Banditen da unten. Und dann kann ich von den Garen die 30 Gold holen und von Benga vielleicht eine kleine Belohnung dafür, dass die Banditen hier sind und vielleicht auch die Erlaubnis für den Balthasar ausschlagen und dann von dem noch eine Belohnung kriegen und dann vielleicht von Seekob endlich die Pacht eintreiben. Andererseits, wenn ich den jetzt zu den Banditen locke, dann brauche ich den auch nicht mit Feuerwellen zu schwächen. Kann ich mir das Mana und die Spruchrollen sparen. Dafür habe ich bessere Verwendung. Ist er noch da? Ist nicht mehr da, ne? Komm her. Komm her. Folgen Sie mir, Herr Drachensnapper. Ich laufe auch so ein bisschen in Kurven, damit er nicht einfach einmal schnell nach vorne sprinten kann, mich zu erwischen. Komm her. Nein, nicht stehen bleiben. Ah, der steht ja gar nicht. Der läuft ja. Jetzt läuft er nicht mehr. Hey. Du sollst mich angreifen. Also du sollst mich nicht angreifen, da bin ich tot. Du sollst mich verfolgen. Du sollst mich angreifen wollen. Jetzt nicht, 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 nicht. Moment, ich speichere mal. Ich bin mal mutig und speichere. Allerdings halt neu. Ja, nicht auf mich. Nicht auf mich. Auf die da. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Ihr sollt nicht mich angreifen, ihr sollt den Snapper angreifen. Wo ist denn der schon wieder? Da. Ah, verdammt. Gut, dass ich da gespeichert habe. Das war gar keine so blöde Idee. Allerdings glaube ich, dass der jetzt nicht mehr aggressiv ist auf mich, wenn ich jetzt lade. Das ist eine gute Sache eigentlich auch, weil er sonst mitten im Lauf wäre und ich nicht. Ja. da ist er. Komm, Snapper. Komm, fein. Feines Fresschen. Banditen. Komm her. Jetzt bist du dran. Snapper. Snapper. Hier, guck mal. Banditen. Lecker, lecker. Banditen. Bleib stehen, du Lump. Greif doch die Banditen an. Nicht mich. Ach, das ist ja nur ein Bandit. Das ist ja nur ein Bandit. Na, zwei Banditen. Ich fürchte nur, dass der, der da, der da, sterben wird und ich den befreien soll. oder? Oder? Ist der unverwundbar? Na, könnte ein Quest, könnte ein Quest, äh, NPC sein, der nicht drauf gehen kann. Dann helfe ich dir mal. Zwei Feuerwellen. Ja, nein. Nicht auf mich. Nein, komm schon. Das hat so gut geklappt gerade. Das funktioniert und der Typ überlebt sogar, den ich befreien will. Okay, wie mache ich das jetzt klug? Ah, nicht so. Äh, so auch nicht. Äh, verdammt. Ach, wisst ihr was? Ich probiere das einfach mal so bei den Banditen ohne den Drachensnapper. Der ist halt doch ein bisschen zu stark und macht das Ganze zu unberechenbar. Und ich habe auch gerade irgendwie das Gefühl, die Banditen haben nicht wirklich eine Chance gegen den. Das heißt, wenn der dann die Banditen da aufräumt, dann steht er da halt so rum oder wird halt ewig mit dem Elvrig kämpfen. Der hat ihm scheinbar auch nicht so viel Schaden gemacht. Die Banditen haben dem Schaden gemacht und dann haben eine beiden Feuerbälle. Aber der, der Elvrig halt nicht. Dann versuche ich mal, die Banditen selber zu erlegen. So stark waren die ja scheinbar dann doch nicht. Das werde ich schon irgendwie hinkriegen. So, und hier drüben, irgendwo links, war ein Bogenschütze. Ich frage mich, ob der von Anfang an da war oder da rüber gelaufen ist während des Kampfes. Denn wenn der von Anfang an da war, dann werde ich ihn zuerst ausschalten. Nö, okay, war rein nicht. Gut, dann werde ich jetzt hier nochmal eine Runde speichern, werde das alte Ding hier überspeichern. Bin hier ohne Snapper. Und werde beim nächsten Mal die Banditen angreifen. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.